Ach guck mal Lisa haut sie ab. Ja das ist geil. Lisa komm mal her. Stell dich mal da rein. Hi Lisa. Hä? Achso. Nee warte mal jetzt ist keiner auf dem Schützenplatz. Ja aber bist du da drauf? Nee bist du nicht. Ja geh doch mal hin. Find ich jetzt ne gute Idee. Wieder rumschleicht's ums Auto ey. Wie so ein Verbrecher der grad mein Auto knacken möchte. Ja das ist nicht so leicht einzusteigen. Nee den Kasten. Das ist echt schwierig den Kasten zu steigen. Ja. Oh Mann oh jetzt geh doch mal da hin. Ich komm da nicht rauf. Was setzt du da drauf? Nein sitz ich nicht. Nein da sitzt gar keiner. Wie sie sich das aus der Pferdewahn guckt hat. Da geh ich mal einen Schritt zurück und guck mir das mal genau an. Warte nein. Ich komm da nicht rauf. Ich komm da nicht rauf. Ähm. Ich komm da nicht rauf. Ich schmeiß mich in dem Zug ey. Oh. Häh. 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 Und warte mal. Weiß du was. Mach doch mal. Versuch das doch mal selber tommy. Ja warte mal. weil du musst genau darauf halten um darauf zu kommen es ist bei die fummel arbeit ja wie kommt man darauf was das cool ist hier hat jemand seine waffe weggeschmissen gerade er kann ich da nicht drauf sind okay das ist gar nicht mehr kann es lieber fabi ja das geld dieser komme her stelle ich mal rein das sind super knarre dieser ich will gleich gleich ich zeige mal super klasse für deine klasse für deinen für deinen corporal hier war doch hier musst du einsteigen und von rein ach quatsch das ist doch hier so eine presse das hat so unnötig das hat mich jetzt irgendwie 60 dollar gekostet ich habe zu lisa gesagt da ist da ist eine knarre drin hier auf ihren charakter wir kommen und ich spreche da rein sie hat das ist ja quatsch gekommen habe ich das ding wie so ein fleisch gefüllter ballon ist das ist ja so gut aus hier wollen wir die rüchte gegenwanderung ja das ist ja das ist oh mein Gott das war Fitness Training gerade wo ist mein Schild? warte, warum ist mein Schild weg? weiß ich nicht, aber dafür ist so 5.637 da das war das aber 5.637 HP, alter das war auch nicht schlecht ach so, dass zwar was ich zum Auto da das war das hat so das Hahaha